er ausgegeben nur noch bei mir und ich bin nur eine Panzerschreck Symbol und zerstört ich finde jetzt das fette Schild ob das wirklich so nötig ist das ist zum Ziel da denke ich mal ich glaube 2 da könnten wir wunderbar machen ich gehe mal nach oben also hier bin ich ja ich gehe auf die andere Seite auf die haben wir wahrscheinlich mit Flammen werfen also lasse ich das mal lieber von der Seite angreifen kann ich gehe jetzt in die Küche ja dann kommt er mit rein nimmt die Kirche unter Beschuss ja ich hab' ich hab' ja man geht natürlich wieder zu dumm um die festzulabeln nach und ist es gut mit 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 ja klar aber mein Mg war ein bisschen dumm da ist der sich direkt am Anfang gestorben ja 20 noch geht eigentlich auch ja schon wo sind meine Pios äh tot ich hab' ich hab' gar nicht gemerkt wie die gestorben sind die standen wahrscheinlich im Land gut Befehle Pfff Sie mal was lieber Sie wünschen Ranger im Einsatz Männer Ranger army wird immer größer Aufklärer melden feindliche Fahrzeuge ich lass es mal bei 3 blocken wir unten oder können wir eigentlich jetzt machen ja probieren wir es mal also ich hab da hin genau da hin ja ich mach daneben ich glaub das ist am engsten ja wenn es nicht geht dann können wir uns erstmal noch holen ja oh nein nein der kommt halt schon da durch gefahren ich glaub der kommt auch so durch mhm mhm die sind sowieso ziemlich schlecht gefallen ach jetzt hab ich wieder so'n Schatten paar Fehler Spiel mhm da flackern alle Schatten jetzt nicht das ist schon ja den hab ich jetzt nicht ja ein Stürf ist eigentlich kein Problem Stürf der meister aber gleich mal unten ne hier Nachschutz ach ja ich meine zwar die restlichen so mal zurück Gruppe ich bin dann mal zu frei ich hab jetzt glaub ich deine genommen ah egal das ist doch urscht zurückfallen lassen äh wo ist das ich kann keine Röhne schon mehr bauen Bevölkerungslimit erreicht Befehle leichte Panzerverbände stoßen von Norden hervor ranger bereit die haben schon Gold wieder die Polizist hat gereicht keine Sorge wir sind so gut wie unverwundbar bewegung hopp hopp noch ein Stück nein ja naja wie die halt auch mal ich hätte nicht mal da hinkommen bevor du sie gekriff gemacht hast mach doch was mach doch was mach doch was mach doch was ich bin im Moment ist es nicht schwer sobald ich mit der Countdown angefangen wie die nächste Welle was noch nicht angefangen oder sie ist schon da, wir haben verpeilt auch wirklich glaube ich aber irgendwie nicht das ist aber komisch das muss nicht mal sehen ach so das ist noch die eine Welle ja stimmt ah gut ein Panzer so viele Infantialisten stirbt Puma ich kann mal nicht mal dorthin ja Flammen wir legen auf wir legen wirklich vor auf oh nein Flammenpanzer ich glaube ich fahre einfach mit meinem Panzer zu dem das ist dann zurückziehen ich hatte da das ist ein 2 das war es ja sowieso im Grunde die Bank wird angegriffen ging schnell ja jetzt kommt die nächste da habe ich meine Einheit schon wieder aufgefüllt dann ist noch nicht mal gestorben doch einer ja bei mir sind ganze zwei Einheiten gestorben ich bin da mitten reingelauncht in drei Flammenwerfer kamikaze kamikaze angriff ich will das erst mal heilen lassen okay sind gehalten ja ich mach doch bei dem Haus das gleich mal in den Hinterhalt das kommt da alles bei mir kommt noch ein Stück bei mir irgendwie auch jetzt kommt noch ein Flammenpanzer da kommt der Wettbewerb ja natürlich aber der noch einer ja geht auch wieder schluck schluck warte der ist direkt ich will den ok los basuka 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 ok ja Flammenpanzer wie heißen die eigentlich äh ach ja Kettenpanzer gut ich habe bei mir alle mhm ich habe mein Stück auch gleich ich kriege die ganz einfach hh 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 aber wir üben ja auch oft im Osten sie rücken auf unsere Position vor ach Kinderspiel ranger bereit Maschinenpistolen wenn raus geht ein cooles Spiel ok Infanterie Swarm ich gehe wieder auf die Seite da ne hh hh nach Panze 4 hh 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 hh